Auf der Marmolada in der norditalienischen Region Trentino ist am Sonntag eine große Eisplatte abgebrochen und hat sechs Menschen mit in den Tod gerissen. Zudem gibt es 15 vermisste, acht Menschen wurden verletzt geborgen. Die Eisplatte löste sich laut Bergrettungsdienst in der Nähe von Punta Roca entlang der Aufstiegsroute zum Marmolada-Gipfel. Dabei wurde auch der normale Aufstiegsweg auf den 3.343 Meter hohen Berg getroffen, auf dem sich mehrere Seilschaften befanden. Zwei davon wurden von der Eisplatte mitgerissen. Angesichts akuter Lawinengefahr musste die Suchaktion mit Drohnen fortgesetzt werden. Die italienische Alpin-Rettung richtete eine Telefonnummer ein, um Angehörige von Vermissten zu erlauben, sich mit den Rettern in Verbindung zu setzen. Dutzende Menschen, die sich an Ort und Stelle befanden, wurden von Rettungseinheiten ins Tal gebracht. Ein Schwerverletzter wurde per Hubschrauber in das Krankenhaus der Stadt Treviso geflogen. Zwei weitere wurden ins Spital von Belluno eingeliefert. Die anderen fünf Verletzten befinden sich im Krankenhaus von Treviso. Die Gefahr weiterer Lawinen ist groß. Alle alpinen Rettungsstationen in der Region Trentino wurden aktiviert. Fünf Hubschrauber und Dutzende von Rettungseinheiten sind im Einsatz. Die Such- und Rettungskräfte müssen äußerst vorsichtig vorgehen, weil die Gefahr besteht, dass weitere Eis- und Feldstürze folgen könnten. Der Zugang zum Gletscher auf der Marmolada wurde nach dem Unglück gesperrt. Der Präsident des Trentino, Maurizio Fugati, erreichte die Dolomiten-Ortschaft Kanazai, wo eine Einsatzzentrale eingerichtet wurde. Am Samstag war auf der Marmolada ein Temperaturrekord von 10 Grad am Gipfel gemessen worden. Die Durchschnittstemperatur der vergangenen Jahre lag etwa bei 7 Grad. Der Marmolada-Gletscher ist der größte Gletscher in den Dolomiten und befindet sich auf der Nordseite der Marmolada-Gruppe. Diese liegt in den Provinzen Treent und Belluno.